Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Abstimmung über den gesamten Antrag. Wir stimmen jetzt ab über den Leitantrag L01, Wohnen in Berlin, bezahlbar, lebenswert, demokratisch. Wer ist für diesen Antrag, hebt jetzt bitte seine oder ihre Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen diesen Leitantrag? Eine Nein-Stimme. Wer enthält sich? Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung ist der Leitantrag angenommen und wir haben einen Leitantrag. Vielen Dank.